Unter dem Begriff Motion Control bietet SICK Sicherheitsprodukte, die Maschinenbewegungen sicher überwachen. Mit dem neuen Drive Monitor bietet SICK nun eine noch flexiblere und leistungsfähigere Antriebsüberwachung, die es dem Bediener erlaubt, bei reduziertem Risiko in die Maschine einzugreifen, ohne dass diese abgeschaltet werden muss. Der Drive Monitor kommt zum Beispiel in fahrerlosen Transportfahrzeugen zum Einsatz. Im Zusammenspiel mit Sicherheitslaserscannern von SICK überwacht er die Bewegung des Fahrzeugs. Wird im Warnfeld des Scanners ein Hindernis erkannt, sendet der Drive Monitor ein Signal an die Antriebssteuerung und reduziert die Fahrzeuggeschwindigkeit. Neben mobilen Applikationen sorgt der Drive Monitor auch bei stationären Applikationen für sichere Maschinenbewegungen. Will der Bediener wegen Wartungs- oder Umrüstarbeiten in eine Maschine eingreifen, begibt er sich in Gefahr. Die Aufgabe des Drive Monitor ist es, diese Gefährdung zu verhindern. Im Gegensatz zu konventionellen Lösungen lassen sich Schutztüren unmittelbar, nachdem der Drive Monitor den Stillstand der Maschine erkannt hat, öffnen. Und nicht erst nach vorgegebener Zeit. Gerade bei Maschinen, die ein häufiges Eingreifen erforderlich machen, wird somit die Stillstandzeit reduziert und die Produktivität der Maschine deutlich erhöht. Auch zeitintensive Wartungs- und Rüstvorgänge lassen sich durch den Einsatz des Drive Monitors verkürzen, da der Maschinenablauf nicht vollständig gestoppt werden muss. Unter verlangsamter Geschwindigkeit wird ein manuelles Eingreifen in die Maschine bei minimiertem Verletzungsrisiko möglich. Ein Überschreiten der Geschwindigkeit wird als Fehler erkannt und der Antrieb der Maschine abgeschaltet. Bei Eingreifen oder Betreten einer überwachten Gefahrenstelle kommen die Vorteile der sicheren Stopp-2-Funktion des Drive Monitors zum Einsatz. Die Antriebe werden stillgesetzt, sie bleiben jedoch unter Spannung. Daher ist ein schnelles Wiederanlaufen ohne neues Referenzieren der Antriebe gewährleistet. Der Drive Monitor kann bis zu 10 Geschwindigkeitsniveaus überwachen, unterstützt alle gängigen Encoder-Schnittstellen und verfügt über sieben Antriebssicherheitsfunktionen. Als Erweiterungsmodul der Sicherheitssteuerung FlexiSoft kann der Drive Monitor mit dem FlexiSoft Designer konfiguriert werden. Die gesamte Lösung der Sicherheitsanwendung befindet sich somit in einer Sicherheitssteuerung, einem Software-Tool und einem Projekt. Dadurch wird das Engineering erleichtert. Mit dem neuen Drive Monitor von SICK wird die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine noch sicherer und noch effizienter. Sichere Bewegungsüberwachung statt abschalten. Antriebskomponenten und deren Anbieter können individuell ausgewählt werden. Bis zu sechs Drive Monitore an einem FlexiSoft Hauptmodul sind möglich. Bereits verwendete Encoder und Motor-Feedback-Systeme können weiter genutzt werden. Eine flexible und beliebige Kombination von Encodern ist möglich. Neben der sicheren Antriebsüberwachung bietet SICK auch ein komplettes Portfolio der Sicherheitstechnik sowie alle erforderlichen Sensoren wie Encoder oder Distanzmessgeräte. Drive Monitor – Maschinenbewegung überwachen statt abschalten.